Machen wir uns nichts vor. Die Erde ist bereits entdeckt. Man kann sie schwerlich noch als Abenteuer gebärden. Keine weißen Flecken, die sich besetzen ließen. Keine wilden Horn, die es zu zivilisieren gilt. Die Dampfmaschine steht still. An einem strahlenden Morgen irgendwann im September wird am Horn von Afrika ein Erdbeentanker geändert, die Panama Star. Man schätzt die Zahl der anwesenden Personen auf 18, vielleicht einer mehr, einer weniger. Wir sind nicht in gewisser Hinsicht miteinander verwandt, wir sind ganz direkt miteinander verwandt, ob ich reinkomme. Also, ich würde gerne mit Ihnen über einen Gentest sprechen. Kann ich Ihre Speichervorbegleit mitnehmen? Jason Conner, melde mich zur Visite. Korajankovic? She's to meet you. Dann zeigt er auf den Stuhl, auf dem er gerade noch gesessen hatte. You seem to have a job on offer here. Oh no, wir beschäftigen eigentlich keine Söldner in dieser Firma. Schiffsbegleitservice, I read that on your website. Yeah, well. Das bedeutet, unsere Angestellten sind ausgebildet in den Bereichen der Konfliktmediation und Deeskalation. Sie sind dazu angehalten, bei schwierigen Situationen zu haben. Yes, yes, yes. Warte. Nur unter uns beiden. Darf ich, ja? Nur zwischen uns. Let's get down to the truth, ja? Wir sind ganz offiziell gegen den Einsatz von Schusswaffen im internationalen Seehandel, Mr. Conner. Das heißt also, wer gibt den Schießbefehl? Er musste hier weg. Entgegen aller ursprünglichen Pläne schlug ich also vor, zum Kaffeln zu fahren. Dort befänden sich unsere Lagerhallen und außerdem hätte ein Kunde ein Schiff im Dock, in das gerade eben erst unser neustes Equipment installiert worden war. Auch noch ein Whisky? Wie? Etwa von dem Rudel, den ich letztes Jahr aus Schottland mitgebracht habe. Patschi! No thanks. Sit down, darling, right here next to me. Ich schenkte also nur mir großzügig ein und ließ mich neben ihm aufs Sofa fallen. I have to talk to you. Ach, eben. Ich rück da ein Stück näher. Die Macht der Worte wird ja auch manchmal maßlos überschätzt. Listen carefully, darling, denn hier und jetzt kommst du ins Spiel. Das hoffe ich. Ich schob ihr also das Glas mit dem vegetarischen Brotaufstrich über den Tisch. Oh, danke, Liebling. Das ist wirklich nett. Du hast daran gedacht, für mich im Reformhaus rüberzugehen. Wirklich nett. Und am nächsten Tag kontaktiert mir unsere Anwälte. Wen hättest du lieber, Fred oder Targarn? Oh, ich richte mich ganz leicht. Nein, 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 sag du. Wer war noch mal Targarn? Ach, wir waren zusammen, Skifade, Fiss. Erinnere mich nicht. Na ja, dann nehme ich Targarn. Seine Kanzlei ist ganz direkt in der Nähe meiner neuen Wohnung. Du hast schon eine neue Wohnung. Mein kleines ausgebautes Dachgeschoss. Hast du meine Wartel? Du hast schon eine Mardel? Bitte, setz mich nicht schon wieder emotional unter Druck. Hallo, ich bin die neue Nachbarin von oben. Wo steckt er? In die Jüdiflischau? Oder mit Flugangst und einer Billenschacht? Natürlich, ich weiß nicht, wie er gestanden wird. Ohne ihn kann ich mir nicht stark. Ich werde ihn noch ein letztes Mal durchrufen lassen. Das ist nicht nötig. Er wird nicht kommen. Er lebt nicht. Er hat niemals existiert. Vor einer halben Stunde war er noch allerbester Gesundheit. Die Videokameras verweisen lassen. Das kann überhaupt nicht sein. Sie können es mir ruhig sein. Gar nicht streit. Hat sich der Bruder in der letzten Zeit irgendwie merkt für dich genommen? Wird er verschossen? Ja, nachdenklicher. Nachdenklicher. Ja. Nachdenklicher.